Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder zu eurem Hansa Talk bei eurem Hansa Fan und joa, das Ergebnis glaube ich spricht für sich. Hansa gewinnt mit 2 zu 0 gegen Jan Regensburg und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass es tatsächlich nicht an mir lag, dass man plötzlich den Kopf aus der Schlinge geholt hat. Es lag nicht daran, dass ich gegen Fürth nicht gucken konnte. Es lag nicht daran, dass ich dann auch gegen Lautern mit Absicht nicht geguckt habe, weil ich so ein bisschen am Aberglaube gedacht habe. Ich habe es dann einfach gewagt. Allen Unrufen und allen Gegenstimmen und Nachrichten zum Trotz bin ich ins Ostseestadion gefahren und habe mir das Spiel angeschaut live. Und wie gesagt, ich bin froh, dass es tatsächlich nicht an mir lag, sondern dass die Mannschaft halt tatsächlich selbst geschafft hat, sich wieder in diese Position zu bringen, in der sie jetzt steht. Nämlich, dass man, wenn alles gut läuft am kommenden Wochenende mit einem Sieg gegen Sandhausen und möglichen Niederlagen der Gegner bereits dort schon den Klassenerhalt feiern kann. Wer bitteschön hätte das vor drei Wochen noch gedacht? Nach dem Magdeburg-Spiel? Nach dem Kiel-Spiel? Nach dem Paderborn-Spiel? Wo ich persönlich auch, ja, die Qualität des Kaders angezweifelt habe. In gewissen Situationen bin ich der Meinung nach, hat er trotzdem nicht die Qualität. Aber was der Kader jetzt auf jeden Fall hat wieder, ist einfach diese pure Wille, hier noch irgendwas reißen zu wollen. Und mit den Toren und mit den Siegen kommt man da Step by Step wieder raus. Da baut sich so eine Art Euphorie auf. Da gewinnt die Mannschaft Selbstvertrauen. Und sie kann wieder das zeigen, was sie so lange ausgezeichnet hat. Und plötzlich sind wir wieder da. Der FCH ist wieder am Leben. Und ich muss auch ganz ehrlich von mir aus sagen, die Hoffnung, die war nie weg bei mir. Das habe ich auch jedes Mal versucht im Hansa Talk anzusprechen. Aber der Glaube daran, wie das gepackt werden soll, der war ehrlich gesagt nicht mehr so richtig vorhanden bei mir. Ich weiß nicht, ich war auch extrem frustriert. Ich habe sowas von Angst gehabt vor der dritten Liga. Und natürlich, ich weiß, ich soll nicht zu positiv berichten. Logischerweise, wir sind noch nicht durch. Wir können auch genauso gut jetzt alle restlichen drei Spiele verlieren. Und dann gehen wir trotzdem runter. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft jetzt abreißen lässt, so kurz vor dem Ziel. Sicherlich werden wir nicht mehr alle drei Spiele gewinnen. Vielleicht kommt auch nochmal eine Niederlage in Nürnberg. Natürlich jetzt nicht unbedingt gegen Sandhausen. Aber vielleicht kommt sie auch da. Und selbst da müssen wir weiterhin glauben. Denn die Mannschaft kann es. Also sie hat es in der eigenen Hand weiterhin. Sandhausen hat heute auch verloren. Also Perspektive Sonntagabend. Oh Gott, ich komme schon ineinander. Die Mannschaft hat Sandhausen hat verloren gegen Braunschweig. Nürnberg hat nur einen Punkt geholt. Es ist alles drin. Und selbst wenn wir jetzt gegen Sandhausen tatsächlich verlieren sollten, was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit einem Unentschieden rausgehen am Ende. Und dann geht es weiter nach Nürnberg. Aber wie gesagt, das ist... Mir fehlen ja mittlerweile echt die Worte. Und natürlich muss man sagen, kritisch gesehen war das ein absolutes Krampfspiel gegen Regensburg, logischerweise. Also, um mal wirklich jetzt auch ins Spielgeschehen zu kommen. Das war wirklich ein absolutes Krampfspiel. Das war nicht schön anzusehen. Das war von beiden Mannschaften, von der ersten bis zur letzten Minute, purer Abstiegskampf. Beide wollten sich irgendwie nichts schenken. Ist ja auch bezeichnet, dass der erste Schuss aufs Tor in diesem Spiel, egal von Hansa oder Regensburg, zum 1-0 für Hansa geführt hat. Und da muss ich euch ehrlich sagen, das war so irgendwie das kurioseste, verwirrendste und total beschissenste Tor, was ich je live im Stadion miterlebt habe. Denn kurz vorher gab es schon eine Situation gegen Hinterseer, wo er zu Fall gebracht wurde und wo sich alle aufgeregt haben, ey, das muss doch Elfmeter sein. Er muss sich das noch angucken. Hinter mir im Blog hat ganz schnell eine Erwärmung gegeben. Der hat ja keine Ahnung, was der für ein Internetanbieter hat, dass der im Stadion Empfang hat für Sky Go. Also ich bin froh, wenn ich im Stadion mal eine WhatsApp-Nachricht rausgeschickt bekomme. Das ist der absolute Wahnsinn. Jedenfalls hat der aber aufgeklärt gleich von hinten, ey, nee, war kein Elfmeter, war zu einfach. Und ja, natürlich im Stadion lässt du dich mal schnell hochreißen, hochschaukeln mit der Emotion und denkst so, ey, das ist doch ein Elfmeter, Schiri, boah. Aber irgendwo habe ich dann schon im ersten Moment so gesehen, nee, irgendwie ging mir der Hinterseer viel zu leicht zu Boden. Und denn, wenn man im Nachhinein auch die Zusammenfassung gesehen hat, war es natürlich absolut kein Elfmeter und absolut richtig auch, dass der Schiri sich das auch nicht selber anguckt, weil es war halt einfach nichts. Und dann kommen wir zu der Szene, die ich gerade angesprochen habe, mit dem 1-0 für Hansa. Kai Prüger murmelt den da irgendwie rein. Ich habe keine Ahnung, wie er den da vorbeigekriegt hat am Torwart. Aber das Ding ist, ich habe es nicht richtig mitbekommen und viele andere nehmen mir auch nicht, denn kurz vor die Situation wird Hinterseer umgemäht. Aber sowas von Elfmeter reif und ich war nur drauf aus, ey, jetzt ist es aber Elfmeter, ey, und dann sehe ich, dass der Ball schon im Netz liegt und denke mir so, hä, wie jetzt, Tor? Ja! Also, es war total eine komische Situation, weil man sich so fixiert hat auf die Situation, dass Hinterseer da volles Ding weggemäht wurde und man da gar nicht drauf geachtet hat mehr. Also man hat sich gleich so aufgeregt, ey, Schiri, das muss doch Elfmeter sein. Und stattdessen murmelt Pröger das Ding da in die lange Ecke rein, wo du denkst, Alter, geil. Geil, wieder Kai Pröger, der endlich, endlich zu seiner alten Stärke zurückfindet und jetzt wieder im Endspurt der Saison, wo es wirklich um alles oder nichts geht für Hansa, wieder zu seiner alten Form findet und die absolute Lebensversicherung für den Verein ist, für die Mannschaft ist. Also gegen Fürth zwei Dinger vorbereitet, in Lautern der goldene Siegtorschütze, jetzt gegen Regensburg, der Dosenöffner sozusagen, ja, drei Euro ins Phasenschwein können wir machen. Also absolut unglaublich und selbst danach, denn Regensburg in der ersten Halbzeit war wirklich gar nichts. Wirklich nichts haben die nach vorne gebracht. Ganz unsympathisch, der, die Nummer 9 da, Prinz Owusu oder wie der heißt. Also was der an Schauspieleinlagen hingelegt hat und provoziert hat und so weiter, das ging ja gar nicht. Zwei Halbzeit hat er sich Gott sei Dank zusammengerissen, sonst wäre ich noch richtig sauer geworden da. Also Sonnenspieler kann ich auf dem, kann ich wirklich einfach nicht ab. Also wirklich. Nee. Und wie gesagt, also ich hatte zur Halbzeit, dann war ich wirklich erleichtert so, egal, du führst hier schon wieder 1 zu 0. Du führst hier schon wieder. Das dritte Spiel in Folge gehst du hier 1 zu 0. Führung. Und in der zweiten Halbzeit, ja, Regensburg kam so ein bisschen besser raus. Hansa hat zwischenzeitlich wenig geschafft für Entlastung zu sorgen, wo man so denkt so, oh, 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 jetzt müssen sie aber langsam wieder machen, weil sonst, sonst kannst du hier wirklich einen Ausgleich kassieren. Und das wäre in so einer Partie gegen so einen Gegner, der so erschreckend schwach ist, extrem bitter und viel zu wenig. Und dann kommt schon Verhook rein, unten rufe schon um mich rum, ach Gott, jetzt kommt der Verhook, den kannst du gleich wieder auswechseln und so weiter. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe auch über Johnny gemeckert. Ich habe auch richtig über Johnny abgerantet in den letzten Wochen mal. Also, so wie es ist. Aber, ganz ehrlich, Leute, ich gönne ihm dieses Tor zum 2 zu 0 sowas von Herzen. Also, so ein gescholtener Stürmer, wo ich so ein bisschen immer denke, habt ihr eigentlich vergessen, was der in den letzten zwei Jahren für uns abgerissen hat? Elf Tore in der dritten Liga, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir aufgestiegen sind. 17 Tore letztes Jahr in der zweiten Liga, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir sowieso souverän drin geblieben sind letztes Jahr. Und ja, er hat eine Krise. Ja, er macht viel Mist. Er provoziert viel. Er ist mit sich selbst unzufrieden. Aber eins kannst du dem John Verhook einfach nicht absprechen. Und zwar, dass er für diesen Verein, für Hansa Rostock einfach brennt. Das merkst du ihm immer wieder an. Leider ist er so ein Heißsporn, der dabei seine Emotionen nicht ganz im Griff hat. Aber du kannst ihm einfach nicht vorwerfen, dass er nicht für Hansa brennt. Natürlich hat er mit seinem Platzverweisen der Mannschaft jeweils im Berndienst erwiesen. Natürlich. Dafür hat er die letzten Spiele auch auf der Bank gesessen. Aber jedes Mal, wenn er reinkam, war er einfach wichtig. Er war da. Er muss nicht nur Tore schießen. John Verhook wird dieses Jahr bei Weitem nicht nur an Tore schießen gemessen. Aber dass er dann dieses Ding macht, das habe ich ihm so gegönnt. Vor allem, weil er kurz vorher das Riesending da vergeben hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Prüger, glaube ich, will ihn reinspielen flach. Wird abgeblockt. Nochmal Flanke rein. Ich glaube, Schuhmacher oder so legt ihn dann per Kopf ab. Und Johnny steht wirklich komplett blank. Also wirklich komplett blank. Sechs Meter von dem Tor. Und nimmt den direkt und haut den genau in den Torwart in die Arme. Wo ich mir denke, alter Johnny, nimm den an und schieb ihn ein. Und Gott sei Dank dann kurz nachher schöne Einzelaktion von Kevin Schuhmacher. Geht da bis zur Grundlinie. Zieht einfach mal direkt aufs Tor ab. Bisschen Glück gehabt, dass er abgefälscht war. Torhüter sieht auch nicht ganz so glücklich aus. Kann da aber auch nicht mehr machen. Und dann ist Johnny einfach da, wo er als Mittelstimmer stehen muss. Als richtiger Neuner. Kopfballspiel hat er sowieso schon immer richtig Gutes gehabt. Und den wuchtet er dann ein. Und dann dieser Jubel hier. Das ist so eine Last von ihm abfällt. Das habe ich ihn. Also, ich habe es ihm einfach so gegönnt. Und ausgerechnet John Verhoek trifft mit seinem zweiten Saisontreffer gegen Regisburg zum 2 zu 0. Und dann war auch klar, dass das Ding gegessen ist. Also, 80. Minute. Dann war so klar, dass das Ding durch ist. Und wir das tatsächlich zum dritten Mal in Folge nach Hause schaukeln. Eine kleine Chance gab es noch von Regisburg, die dann knapp am Forst vorbeigeht. Aber ansonsten drei Siege in Folge. Dreimal in Folge zu 0. Auch Krake-Kolke musste an diesem Spieltag nicht einen einzigen Ball auf seinem Tor festhalten oder sonst was. Also, da kam nichts Gefährliches direkt aufs Tor von Regisburg. Hut ab vor der Mannschaft. Hut ab vor Alois Schwarz, unserem Coach, der die Mannschaft wieder so aufgerichtet hat, dass sie plötzlich wieder brennt. Und vor allem auch wieder auf dem Platz eine absolute Einheit ist. Und Leute wie ich wohl Lügen gestraft. Denn ich habe es ja nicht komplett abgeschrieben. Aber mir fehlte tatsächlich der Glaube, dass es noch irgendwie klappen könnte. Und es hat geklappt. Ich darf wieder komplett unbeschwert ins Stadion gehen. Das freut mich. Jetzt gegen Sanhausen und Nürnberg. Und dann hoffentlich, ohne dass es um irgendwas geht am letzten Spieltag, eine dicke, fette Party zu Hause gehen, Brautstock feiern, vor ausgekauftem Haus. Das ist das, was ich mir jetzt wünsche. Und Leute, ich bin so überzeugt, wie lange nicht von dem Klassenerhalt. Diese Mannschaft hat allen Respekt verdient. Ganz ehrlich. Sich so aus diesem Loch wieder rauszuarbeiten. Chapeau, FC Hansa-Rostock. Das war es für heute. Daumen nach oben wäre cool. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr passen wollt und neu seid. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.